So meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Make Pokémon Blaze Black 2. Ja, im letzten Part habe ich gegen Artie gekämpft und habe auch gegen ihn gewonnen. Darüber hinaus habe ich mir das legendäre Pokémon Victini gefangen, das vom Typ Psycho Feuer ist. Hat den Pokédex-Eintrag 0-0-0, zumindest im Einall-Pokédex. Und nun habe ich vor, meine Pokémon ein bisschen zu trainieren, bevor ich gegen Professor Akamora kämpfe. Denn dieser besitzt sehr, 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 sehr starke Pokémon. Gut, wir haben es hier mit Medite zu tun, einem Kampf-Psycho-Pokémon. Ich sage mal Kreuzschere, ne? Ja, hat normale Wirkung, ist eigentlich auch klar. Okay, dann noch einmal Zane, Kreuzschere. So, perfekt. Eventuell will ich mir hier sogar das nächste Teammitglied holen, ne? Werde weiß, werde weiß. Gut, Medite haben wir besiegt, Conan bekommt auch ein bisschen. Wollt auch ein bisschen Noctobl, was Noctobl? Achso, Noctobl. Ah, hätte ich eigentlich denken können. Gut, Sein zurück, Volt, ab in den Kampf mit dir. Ähm, Air-Karte, okay. Müsste nicht so effektiv sein. One, äh, Volt ist jetzt Shockwave ein. Komm, mach das Noctobl, alle. Ich finde Noctobl und Tutu toll, gruselig. Da bin ich voll ehrlich, ne? Ich hatte früher voll Schiss, als die Pokémon, äh, hier im Gras auftauchte. Vor allem Noctobl, das war da voll komisch. Das Braille, ah. Und da war ich noch ganz, 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 ganz klein. Naja. Ähm, hier, den Braven haben wir besiegt, so heißt er anscheinend. Und nun geht's hier weiter runter. So, da sehen wir einen Angler, da können wir direkt mal vorbeischauen. Hallöchen, ne? Hallo, hallo, Angler. Gut, wie viele Pokémon besitzt du? Drei Pokémon. Okay, das wird jetzt nicht sonderlich schwer. Aber Sein braucht eine Pflanzenattacke. Keine Ahnung, welche auf jeden Fall blau, blaucht. Braucht Sein eine richtig bomben, äh, feste Pflanzenattacke. Weil, mit Absorber, da kommt man ja nicht wirklich weit hier, ne? Mit full correct devilish, ey. So, Absorber und... Ach, scheiße, noch nicht ganz down. Okay, Bills ist kein Problem. Ja, Überreste sind cool. Okay, noch einmal Absorber. Und... Perfekt. Gut, hätten wir jetzt gemacht. Sein ist jetzt auf Level 23 und will Screech, äh, was ist Screech? Ne, ne, unnötig brauch ich nicht. Forget. Ne, 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 ah, hier. Kernzer und dann Keep Out Moves, ja. Gut, was kommt als nächstes? Was für ein legendäres Pokémon kommt jetzt? Ein Remorite, oh, Remorite. Ja, wie cool. Ähm, ach so, komm, noch einmal. Ah, Reptain, du brauchst eine richtig geile Pflanzenattacke. So kann das hier nicht weitergehen mit uns zwei, ne? Tentachter, oh, hätte ich das Pokémon gewechselt. Tentachter ist... Irgendwann werden Tentachter die Weltherrschaft haben. Bestimmt. Bestimmt. Naja, bis dahin besiege ich dich mit meinem Reptain. Hier, Quick Attack. Okay, noch einmal Quick Attack wäre gut. Komm, Quick Attack, Quick Attack, Quick Attack. Okay, haben wir jetzt auch gemacht. Zane, Conan, Wolk und Fischermann Hubert. Es besiegt Hubert. Er Hubert. Er Hubert. Tömimazu. Prism Scale. Okay, was ist das? Ääh, mamentsern Memorale. Mirler Memorale. Pokémon weiterentwickeln lassen. WTF. Ich frag mich, was das ist. Ja, keine Ahnung. Scheiß drauf. gut vier pokémon angler das erste post pokémon wieder dieses hässliche bachstuft oder wie das auch immer heißt ich finde das pokémon irgendwie nicht so hartnummer wenn ihr versteht was ich meine so absorber hälfte weg kopfschule kopfnuss nicht kopfschuss kommt stoß ist eine gesteins attacke kommt noch einmal absorber sein wasser düse das ding ist ja schnell so absorber und haben wir schon gemacht haben wir echt schön gemacht und konan wollte kommt jetzt auch ein bisschen als nächstes frisch frisch komm hier absorber das sieht gut dann das ist auch absorber ein kms sehen was setzt du jetzt ein low sweep wird kein sinn ich konnte das ist doch nicht sehr effektiv das ist ein geist pokémon ist scheiße sehen kommen kommen auch kein scheiß absorber und sehen absauber und wie sieht das ding perfekt und der ohne sind läuft gut das hätten wir jetzt auch alles geschaffen was kommt als nächstes ist das ein schick ein schluck nähen schiege absorber und der ohne sind perfekt noch ein level am schaden krebs 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 wasser bogen weiterentwicklung ist krebo tag und ich suche gerade hier ja mein handy ich dachte schon was mein handy ich habe das auch gerade eben auf den tisch gelegt das ist nicht gut ok was machen wir jetzt als nächstes am besten ist wenn wir wie schon gesagt die pokémon noch etwas trainieren denn professor akamura der ist so stark wie sonst was eventuell kann ich mir ja sogar ein neues team mit besorgen aber definitiv wird es kein so rockt knick kommt kreuer ich könnte theoretisch die animation ausmachen damit das alles ein bisschen schneller geht ich glaube dass mache ich auch jetzt gleich sein noch einmal kreuz kreer jetzt verletzt sich auch sehr weiter und pro kommen sehen kreuz oder nene sweet kick so ist das eine low sweet sweet kick ich heiße du produziert mich würde los wie sehr effektiv und das pokémon ist besiegt seine reichere 24 jetzt bekommt auch ein bisschen und will ich sagen wechseln ich das pokémon mal sehen hat jetzt alle 24 ist in ordnung 1 10 kommen muss jetzt auf eigenen beinen stehen konnen switch mit sehen ich glaube in diesem punkt wenn ich auch nicht so wirklich viel machen ich glaube dass er so ein special parts also special part wenn versteht was ich meine wir warten auf einen pokémon ein gutes pokémon hier wieder zurück ich wollte der animation und schauen voll vergessen und 1 und 2 und ja und perfekt 165 jahre relativ ist nicht wirklich nicht safe nenne ich will jetzt nicht sehen options dann wird uns ihn auf perfekt gut sind keine animation und es wird jetzt mal ein bisschen theoretisch könnte ich jetzt die pause und dann später mit professor kamura weiter machen aber ich glaube ich mache das so er als special part wo ich nicht sonderlich viel mache kommen rollout rollout und ja cool okay nächstes pokémon so wir haben schon drei pokémon besiegt drei wilde pokémon also ob es hier nur diese pokémon gibt als ob es da nicht andere pokémon gibt soll ich mal so ein pokémon fangen soll ich also ich weiß es nicht gar nur wir wird gar nicht so schlecht im team aussehen wenn ich ehrlich bin soll ich das fangen oder soll ich es nicht fangen das ist hier die frage gehen noch mal so einer feuer ding star boom star feuer ding star boom star konnen noch einmal rollout bitte und rollout und der hohen adios vor entwicklung vom vampy via 25 haben wir schon mal erreicht das kann noch ein bisschen dauern freunde das kann jetzt noch ein bisschen dauern bis ich mit allem fertig bin aber als ob sie nicht so andere pokémon zu entdecken gibt ich habe mir ein bisschen mehr erhofft aber naja nun gut ich habe hier eine angel theoretisch könnte auch ein bisschen angehen ist nichts für mich ist nichts für mich so konnte noch einmal am schoss perfekt gute erfahrung gute erfahrung also ich muss definitiv meine pokémon noch ein bisschen trainieren bevor ich gegen professor kamura kämpfen denn der hat es vorstieg hinter den oren glaubt mir mit dem ist nicht zu spaßen ist richtig fett fett starken knacklion soll ich so ein boden käfer ein boden käfer pokémon ein boden drachen pokémon sony bell drauf wäre eigentlich ganz cool im team ich habe ja kein boden pokémon warte lassen wir überlegen ich habe was gegen feuer pokémon ich habe was gegen stahl pokémon ich habe was gegen drachen pokémon ich habe nichts gegen elektro pokémon ok ja gut tage meine argumentation hier und ok jetzt pokémon ich müsste nicht mehr so viele pokémon dabei haben pokémon dann dann quickball quickball komm quickball einsetzen und geh rein geh rein geh rein geh rein 1 2 3 4 oh ja ich habe ein knacklion gefangen ich bin mir noch nicht 100 prozentig sicher ob das jetzt sauerhaft im team bleiben wird oder ob ich das irgendwann gegen ein anderes pokémon austauschen werde aber fürs erste ist es im team und ich gebe dem pokémon jetzt auch einen nicknamen wie soll das wie scheißen schon wieder so eine hässige so hässige namensvergebung noch nicht mir fällt nichts ein mir fällt es nicht sein kann mir fällt echt nix ein das ist schlecht die bilder ok das jetzt scheiße so muss ich überlegen überlegen und überlegen naja ich brauche sie kurz heute und überlegen bis gleich gut ich habe einen namen vielleicht kennen ja manche von euch kalifornia bay so nenne ich ihn auch hier bei sie ist der bay bay ok wir finden nichts besser sein naja komm nimmst nicht als beleidigung kumpel nimmst nicht als beleidigung gut weiter geht's mit den wilden pokémon schon wieder dieser hässige affe halb affe mach dich doch nicht zu machen rollout ja definitiv und noch einmal rollout und der auch gut ähm noch einmal hier dies aus andermals das war geil zu sku tuska 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 ok leute ich glaube in diesem part werde ich nicht mehr viele machen als kohleres wenn ich definitiv nicht mehr herausforderung deswegen würde ich sagen ich beende part trinken meine pokémon bis zu einem bestimmten level und wir sehen uns dann beim nächsten mal rauch drehen und moment komm rollout was zum teufel hat mein pokémon jetzt mal ohne witz was zum teufel hat mein pokémon da na egal kommen sehen beendes mit einer los weg kick attack grund besiegt das besiegt na ja wirklich vielen vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten report rein und tschüss auf